Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's Wimmer Jan und ja, Spiel fortsetzen. Ja, es geht weiter mit Metal Gear Rising, das hatte ich vergessen zu sagen. Oh, fuck, ich hätte auch jetzt, oh, in eine Box gehen können, in den Popkarton. Da habe ich jetzt später gedacht, ich sehe so ein Gegner, okay, jetzt gehe ich in den Karton und dann, oh man, jetzt hat er mich schon gesehen, das ist natürlich nicht so nice. Ey, hoffe ich zu verbrennen. Das erlaube ich dir nicht. So, schnell, nice. Ich will nicht nämlich heilen an dir. So, danke. Sehr nett von dir. So. Okay. Oh, fuck it, ey. Ich spawnte direkt wieder so ein Viech, ey. Ich spawnte einfach direkt neben mir, das ist voll dreist. Das ist das Spiel im Popkarton. Hier musst du steuern, oder nicht? Muss ich jetzt mal weiter? Och, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wird schon passen, wird schon passen. Muss nur aufpassen, dass er jetzt nicht gleich von hinten kommt und mich dann wieder sieht. Okay, jetzt warte ich mal, bis er an mir vorbeigeht. Ich hoffe, es ist jetzt richtig. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt lang muss, ob hier oder woanders. Ich bin nur noch ein Pappkarton. Okay. Muss ich jetzt hier hoch? Ich kann ja von da hinten. Ah, ich muss... Oh. Ja. Okay. Gut, wieso auch nicht, ne? So. So, ich gehe jetzt wieder zum Popkarton, bevor der mich hier dann auch vielleicht sieht. Oder muss ich... Nein, ich hätte gar nicht hier lang hier hochgemusst. So, ich muss nicht wieder warten, bis er vorbei ist. So, komm, mach mal hin. Okay. Ich glaube, ich bin nur ein Pappkarton, der runterfällt. Hier, ist das... Oh, Mann. Äh, muss ich jetzt hier hoch irgendwie? Kann ich hier überhaupt hoch? Sonst, wo muss ich lang? Das ist... Wie wurde da hinten angezeigt, dass ich da hin muss? Ach, Mann. Warum hat er mich denn jetzt schon wieder gesehen? Aber ich möchte auch mal wissen, wo ich lang muss. Aua. Weg nicht. Ich hasse dich. Warum verbrennst du mich immer? Und warum brennst du weg? Don't you dare. Run weg from me. From from me. Nein. Äh, so. So. Nächster weg. So. Geh mal her. Jetzt wäre es ganz schön, wenn ich mal wüsste, wo ich lang muss. Ich hab mich. Ja, danke. Okay, da hinten. Jetzt will ich direkt wieder den Next Cop ummachen, weil ich nicht wusste, wo der kommt. Und, alter. Alter, die Viecher nerven, dass die ja ganze Zeit weggehen, ey. Mein Gott, ey, können die nicht einfach mal aufhören zu nerven. So. Danke. Und, jetzt. Da ist der Eingang. Okay. Hä? Alter, ich kann nicht mehr. Oh, ich hab keinen Pappkarton mehr. Nein, aber. Hä? Äh, hä? Ah. Okay. Geheimgang. Gut, dass ich das irgendwie gefunden hab. Und, scheiße. Fuck it. Alter. Ich hab die Kameras gar nicht gemerkt. Bemerkt. Ich hab gar nicht drauf geachtet, weil ich nicht dachte, dass da jetzt solche kommen. Alter, guck ich das jetzt hier die ganze Zeit an, oder was? Leute. Ja. Okay. Dann lass ich die Ruhe. Die Kamera. Ist mir jetzt auch egal. Okay. Alter. You kidding? Okay. Wenn man einmal entdeckt, ist das okay. Jetzt muss ich warten, bis der Alarm weg ist. Okay. Äh. Ja, komm. Schnell. Danke. Oh, jetzt muss ich nur Achtung. Ja, komm. Ah. Dann warten wir. Geht doch. Erstmal jeden Pappkarton aufsammeln. So. Bam. So. Erste kaputt. Und. Zweite kaputt. Wollen noch nicht. Aber jetzt. Oder auch nicht. So. Geht doch. Mein Gott. Ah, da muss ich Aktion. Okay. Bopp. Ich stelle da einfach so. Bopp. Naja. Gut. Wieder ein Anruf. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a DOOMP. I, wait, what? A DOOMP? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. Alright. Let's give it a shot. Okay. Ich, äh, was? Jetzt sind ja auch nicht. Ich dachte auch so, äh, was soll das sein? So. Shit. Er hat daneben gedrückt. Hier öffnet sich das dann. Hacker. Oh mein Gott. Okay. Irgendjahr, ich wusste jetzt einfach mal von oben. Komm. Wir töten einfach von oben und die anderen töten wir dann einfach so. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die Stimme echt nicht gemacht habe. Vor allem, die haben mich noch nicht bemerkt. Was soll denn das? Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber... Ich wundere es. So. Nein. Ich dachte jetzt mal irgendwie zu Pappkarton, mit denen ich mich bemerke. Und dann genau, dann guckt er natürlich. Ah. Naja. Passiert. Oh leul. Und jetzt kommt auch noch so ein Gegner. Ja. Am Arsch. Nium. Nium. Aber damit sollen wir... Uh. Aufpassen. Damit sollten wir, denke ich, fertig werden. Wenn sie nicht abhauen. Natürlich. So. Nein. Das mich noch töten. Ah. Wird eigentlich... Naja. Egal. Jetzt. Alter. Sollt ihr mich jetzt mal hier in Ruhe lassen? Ich will. So. Zack. Ich wüsste jetzt mal hier langsam K.O. Wollte ich ja gerade schon finishen, aber nein. Natürlich wollte ich das Spiel nicht echt machen. So. Nium. Bam. Aua. Aua. So. Jetzt kommt. Execute. Danke. Danke. Gebt mir her. Danke. Ich wollte mich wieder. Ich walte mich. Nämlich wieder heilen. Mein Gott. Heute habe ich es aber auch mal wieder. Verspreche mich die ganze Zeit. So. Ja. Danke. So. Reiden. Wenn sie weiterentwickeln, werden sie alle außerhalb der Netzwerke-Konnexionen auslösen. Bitte. Habe dein Bestes, um zu vermeiden zu sehen. Okay. Ich muss unerkannt bleiben. Das hätte mir jemand sagen sollen. Dann hätte ich jetzt nicht getötet. Naja. Jetzt ist es passiert. Kann ich nicht mehr ändern. Aha. In der Hand. Ach so. Leute. Was sind das denn? Sind das diese Viecher, die ich immer so kaputt mache, oder was? Okay. Das ist creepy. Wir werden die auf einmal alle eigentlich angucken. Das ist creepy. Ja. Toll. Da könnte ich auf jeden Fall jetzt was gegen machen. Zack. Nö, nö, nö. Okay. Die Attack ist auch geil. Hey. Jetzt. Raiden. So. Okay. Das. Die Landstiere. Die ist ziemlich stark. Merke ich gerade mal. Vor allem die trifft dann so viele Gegner. Aber die können dann in der Zeit nichts machen. Die ist auf jeden Fall geil. Die Ganze. Oh Leute. Hier ist ja noch einer. So. Zack. Zack. Danke. Sehr. Ne. Das ist ne Diebelsäule oder so. Das ist nicht solche. Die Saugendinger. So. Nice. Kampffragen A. So. Warten wir euch jetzt machen. Die Saugendinger. Die Saugendinger. Ja, wir sehen. George hat gesagt, dass sie die Organs von Kindern verwendet haben. Ja, das ist deshalb, dass sie die Kinder verwendet haben. Vielleicht gibt es andere Organs, aber sie haben definitiv die Organs. Jesus, sie machen diese Kinder in Cyborgs? Warte, die Cyborgs, die du kämpfst? Sie sehen, dass sie Kinder sind? Du hast vorhin gesagt, dass die Kinder Kinder haben eine telltale Richtung. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Sie sehen es hier. Sie waren nicht Kinder. Also, was? Desperado machte nur die Surgerungen dort? Wir müssen etwas über all diese Arten machen. Und die anderen Kinder, die George darüber gesprochen hat. Er hat nur ein paar Stunden gelaufen. Sie könnten nicht alle ihre Arten so schnell rausnehmen. Wahrscheinlich. Es könnte noch ein paar Kinder sein, die sie noch nicht getroffen haben. Ich hätte besser gehen. Okay. Äh, wo muss ich denn lang? Muss ich hier? Ist sie richtig? Ich denke mal. Ich muss immer normal öffnen. Ist ja lame. Vor allem. Wo muss ich das öffnen? Muss ich überhaupt hier lang? Ich bin die ganze Zeit, wo ich nicht lang muss. Aktion. Okay. Du connectest dich einfach damit. Jetzt gehörts zu mir. Ah, der macht eh nur die Tür auf, erscheint. Leute, jetzt kann ich damit laufen oder was? Wie cool. Das ist alles unser. Jetzt benutzt es, um ein Daten-Input-Terminal zu lösen. Hey. Gut zu wissen. Aber das machen wir natürlich im nächsten Part. Und ja. Ich hoffe natürlich wie immer, dass der Part euch gefallen hat. Und ich sage es wie immer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.